Liebe Studierende, willkommen zur zweiten Videoübung des Semesters zum Thema Schaltung mit Widerständen und Kondensatoren. Ähnlich wie bei der Videoübung 1 können wir uns mit Maschen, mit Widerständen sowohl als auch Kondensatoren auseinandersetzen. Mit der Frage A sollen wir uns überlegen, wie groß ist der Strom in der gesamten Masche, nennen wir ihn I0, nach der Schließung des Schalters, das heisst gerade bei der Zeit T gleich 0. Also I0 wäre Strom I im Schallkreis bei T gleich 0. Man geht davon aus, dass die Kondensatoren leer sind, das heisst, dass sie keine Ladungen zum Zeitpunkt der Schließung des Schalters tragen. Daher sind die Potentialdifferenzen an beiden Kondensatoren, nennen wir diese U1 respektive U2, identisch und zwar gleich 0. Wobei eben U1 und U2 sind die Spannungsabfälle bei den jeweiligen Kondensatoren C1 und C2. Die wesentliche Überlegung ist somit, dass sich eine resultierende Parallelschaltung von Widerständen als Ersatzbild dieses Teils der Maschen betrachten lässt. Für eine Parallelschaltung gilt, die Inverse des totalen Widerstandes ist gleich der Summe der Inverse der einzelnen Widerstände. Das heisst hier, R total hoch minus 1 ist gleich 1 über 15 Ohm plus 1 über 12 Ohm plus 1 über 15 Ohm. Und für die numerische Auswertung können Sie in der Musterlösung anschauen. Was resultiert, ist dann eine Serieschaltung mit R total und mit dem inneren Widerstand der Batterie von 10 Ohm. Wobei die Batterie hier eine Spannung von 50 Volt besitzt. Sei eben I0 der gesuchte Strom, nach der Maschenregel, das heisst allgemein die Batteriespannung ist gleich der Summe der Spannungsabfälle in der Masche, kann man für den gesamten Schallkreis folgendes schreiben. U0 als Batteriespannung ist gleich 10 Ohm mal I0 plus R total mal I0. Sie finden die numerischen Werte für den Strom I0 in der Musterlösung. Frage B Hier wird gefragt, wie groß ist der Strom, aber lange nachdem der Schalter geschlossen wurde. Hier nennen wir den gesuchten Strom I unendlich. Das heisst Strom I für die Zeit T, die nach unendlich strebt. Für lange Zeit nach der Schliessung des Schalters ist der Ladevorgang der Kondensatoren abgeschlossen. Und deswegen fließt kein Strom mehr durch sie. Somit kann der Strom nur durch die Widerstände in diesem Teil der Masche fließen. Als Ersatzbild dieses Teils der Masche erhält man eine Serieschaltung von Widerständen. Für eine Serieschaltung gilt, der totale Widerstand ist gleich der Summe der einzelnen Widerstände. Was hier zum Wert für R total gleich 42 Ohm führt. Man kann jetzt nach der Maschenregel für den gesamten Schaltkreis folgendes schreiben. U0 als Batteriespannung von 50 Volt ist gleich 10 Ohm mal I unendlich plus R total mal I unendlich. Und nochmals schauen Sie bitte die Musterlösung für den numerischen Wert. Frage c. Am Ende des Ladevorgangs der beiden Kondensatoren ist eine Menge von Ladungen in den Kondensatoren gespeichert. Und die Teilfrage c verlangt deren Abschätzung. Nach der Definition der Kapazität gilt für die gesuchten Ladungsmenge q1 und q2 folgendes. q1 ist gleich dem Produkt zwischen Kapazität c1 mal Spannungsabfall u1 und q2 ähnlich Kapazität c2 mal Spannungsabfall u2. Wobei eben u1 und u2 sind die Spannungsabfälle bei den jeweiligen Kondensatoren c1 respektive c2. Aber Achtung u1 und u2 sind jetzt nicht mehr gleich 0 wie bei der Frage h und zwar bei der Zeit t gleich 0 gerade nach der Schließung des Schalters. Man kann beide Seiten der Masche hier oder besser gesagt dieses Teils des Schallkreises nach der Maschenregel berücksichtigen. Und nach dem Ohmschen Gesetz gilt für die linke sowie für die rechte Seite der Masche folgendes. u1 muss gleich sein e unendlich mal 15 plus 12 Ohm und u2 muss gleich sein e unendlich mal 15 plus 12 Ohm. Das heißt nehmen wir die linke Seite als Beispiel Spannungsabfall beim Kondensator c1 nämlich u1 muss gleich der Summe der Spannungsabfälle bei den Widerständen mit 15 respektive 12 Ohm. Selbstverständlich ist der fließende Strom in der jeweiligen Masche die linke oder die rechte Seite i unendlich aus der Frage b. Aus den berechneten u1 und u2 und via der Definition der Kapazität folgen sofort die gesuchten Ladungen q1 und q2, für welche finden sie die numerische Auswertung in der Musterlösung. Frage d. Der Schalter wurde wieder geöffnet und seitdem ist eine lange Zeit vergangen. Die Frage ist, wie groß ist nun die Ladung der Kondensatorblatt? Diese Frage ist wirklich sehr einfach. Wenn man lang genug nach der Öffnung des Schalters wartet, dann sind die Kondensatoren wieder leer und tragen keine Ladung mehr. Das heißt, eine Entladung der beiden Kondensatoren hat stattgefunden. Das heißt, man kann so vorschreiben, dass q1 wird identisch mit q2 sein und zwar gleich 0. Mit dieser Übung konnten wir Schaltkreise mit Widerständen und Kondensatoren üben und besonders die Folge des Ladevorgangs und der Entladung des Kondensators erkennen und betrachten. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen.